hallo leute la komba grüßt euch zu einem neuen video ja wo bin ich ich bin bei japan tag im wunderschönen düsseldorf wird mir hier das feuerwerk anschauen was 25 minuten lang geht endlich mal wieder nach zwei jahren ja ich will das ganze für euch filmen seid gespannt und ich würde sagen wir sehen uns zur zündung hier kommt es richtig Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020